vorhin schon dabei waren, wir hatten ja heute früh, da kommt auch noch ein Link, schon mal so eine Lego Series Play Einführung. Ich glaube, von dem, was ich jetzt sehe, waren alle da, außer der Andreas. Da kommt noch ein Link zu einer Read-Only-Version von dem Miro Board. Also wer da dann noch mal diese Lego Series Play Einführung sich anschauen will, der kann das tun. Und jetzt geht es quasi darum, wie haben wir vor, Lego Series Play bei der LernOS Convention zu verwenden. Die ist ja in einem Monat ungefähr. Und da würde ich euch jetzt mal die Story so ein bisschen erzählen. Wie sind wir da überhaupt darauf gekommen, so etwas zu machen? Und was ist aktuell der Stand, wie wir das machen wollen? Braucht jemand noch den Link zum Concept Board? Dann würde ich ihn noch mal in den Chat packen. Falls ja, schreibt es einfach kurz in den Chat. Dann stelle ich den da noch mal rein. Also das machen wir alles aus. Genau, also ich fange mal an beim letzten Jahr. Annette, du brauchst sie noch? Ja, genau. Ich habe leider zugemacht. Ja, kein Problem. Hier ist er. Genau, also einige von euch waren ja auch beim letzten Jahr bei der LernOS Convention dabei. Für die, die es vielleicht gar nicht kennen, auch die jetzt, die sich das Video anschauen und neu dazukommen. Das ist ja so das jährliche Community-Treffen der LernOS-Community. Ich teile mal meinen, dann seht ihr, worum es geht. So, genau. Jetzt dauert es noch einen Moment. Da ist er. Genau, also so das jährliche Treffen der LernOS-Community gibt es jetzt mit den zwei Veranstaltungen im Vorläufer. Da hieß sie noch, No Touch zusammengezählt ist der siebte Durchlauf dieses Jahr. In Pandemie waren wir rein online. In dem Jahr vor der Pandemie waren wir in München bei der Lebensversicherung 1871 in Präsenz. Hatten das eigentlich für 2020 auch schon geplant, wieder in Präsenz zu machen. Und dann kam natürlich Corona dazwischen. Dann haben wir es zweimal in virtuell gemacht und letztes Jahr eben in Hybrid. Und haben das gemacht hier in Nürnberg auf der Kaiserburg. Die hatten eine recht schöne Veranstaltungslocation, die für so interaktive, campartige Formate ganz gut geeignet ist, weil es ein Plenum gibt, wo gut Leute reinpassen und eben auch vor Ort dann noch die Breakout-Räume. Und deswegen haben wir letztes Jahr gesagt, machen wir das dieses Jahr wieder so. Wir haben letztes Jahr den Slogan gehabt, Perfectly Hybrid. Ich glaube, Annette, du warst letztes Jahr auf der Online-Seite ja mit dabei. Ich kann es ja nachher nochmal sagen, wie da die Erfahrung war und ob wir da mit dem, was wir verbessern, in die richtige Richtung gehen. Wir haben letztes Jahr relativ viel Aufwand getrieben zu evaluieren. Also im Wiki, das kann ich mal auch euch in den Chat reinpacken. Moment, jetzt brauche ich hier den Dings wieder. Da gibt es so eine Sektion, wo wir so für uns die Top Ten der Erkenntnisse rausgezogen haben und hier quasi, da wo ihr jetzt das Highlighting seht, hängt ein Evaluationsbericht dahinter mit 50 Seiten, wo wir quasi die Befragung, die Retro vom Orga-Team, die Chat-Auswertung, die Feedback-Runde am Ende zusammengefasst haben und dabei eben eine Erkenntnis, wir haben letztes Jahr noch Slack verwendet, dass so im ersten Jahr vor Ort wieder diese Gruppenbildung, Leute, Grüppchen stehen zusammen, da lernt man auch neue Leute kennen, neue Verbindungen entstehen, dass das vor Ort, wie man es auch hätte erwarten können, sehr gut funktioniert hat. Wir hatten online auch zwei Gruppen, die das gleiche quasi online gemacht haben, aber schon viel weniger, als das vor Ort der Fall war und hybrid war das quasi so gut wie gar nicht der Fall. Also ich habe ab und zu mich mal in diese Slack-Huddles, in den Audio-Chat eingewählt und habe mit Leuten auch online gesprochen, aber man hat sozusagen ganz wenig Durchmischung gehabt und wir haben gesagt, wenn wir Online- und Vorort-Teilnahme auf Augenhöhe ermöglichen wollen und diesen Anspruch Perfectly Hybrid haben, dann müssen wir uns da dieses Jahr was überlegen, um das zu verbessern. Da ist auch, wer Conceptboard nicht kennt, immer wenn hier oben so ein kleiner Pfeil oben dran ist, dann ist da ein Link dahinter, also das, was ich euch gerade gezeigt habe, kommt da auch mit einem Klick da drauf hin. Genau, also dann haben wir überlegt, was können wir da machen und die Idee, die wir hatten, war, dass wir, so wie man es in LernOS ja macht, mit den Learning Circles, also so eine kleine Gruppe, vier bis sechs Personen, ist ja da immer eine ganz schöne Größenordnung. Wir haben gesagt, wir teilen einfach alle Teilnehmenden in solche Learning Circle ein. Wir haben dieses Jahr, letztes Jahr hat man ja vor Ort Teilnahme auf 150 Personen reduziert, wegen Corona noch. Dieses Jahr reizt man es auch nicht ganz aus. Wir sagen maximal 150 Personen, so ideal wären 120 vor Ort. Und auf den gleichen, gleiche Menge Leute haben wir quasi auch die Online-Teilnahme gekappt. Also auch da gibt es 150 Plätze, sodass man da nicht so ein Übergewicht auf einer der Seiten hat. Und die tun wir einfach, so wie sie sich angemeldet haben, in Learning Circle einteilen und sagen, diese Menschen bilden eine Gruppe, eine Lerngruppe. Und die ist dann zufallsbasiert, entweder komplett vor Ort, wahrscheinlich nicht, oder komplett online oder eben gemischt, hybrid. Wie machen wir das? Wir haben uns entlang von dem Design, wir sind ja so ein bisschen in dem Minecraft-Design, Crafting Learning Environments ist der Titel, haben wir uns so Grafiken generieren lassen, von der KI natürlich. Stable Diffusion hat die generiert und haben quasi jeder Gruppe so eine eigene Grafik gegeben und auch eine Nummer auf die Grafik draufgeschrieben. Also die heißen dann Loscon Circle 1 bis 50. 50 mal 6 sind die 300 maximal. Da werden wir jetzt eben gucken, je nachdem wie viele Leute sich anmelden, bilden wir eben mehr und mehr Circle. Wahrscheinlich wären es nicht die 50, aber 30 werden wir da bestimmt haben. Von denen, die jetzt das Lego Series Play mitbekommen haben, da komme ich nachher noch mal drauf. Das ist hier so säulenartig zu sehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier erst mal die Säule runter. Wie teilen wir die aus? Also wie werden die vergeben? Die Leute, die sich für Remote angemeldet haben, die kriegen wieder ein Goodie Bag. Das hat man letztes Jahr auch. Da kriegt man sozusagen was zu essen und Sticker und all so die Sachen, die die Leute vor Ort haben zugeschickt. Und die kriegen quasi ihren Namens-Badge über das Goodie Bag mitgeschickt. Ich gehe mal gerade hier nach nebenan. Da ist so unser War Room, wo wir die Bags vorbereiten. Und da ist hier, ob man das sieht in der Kamera, ich halte es mal hier rein, da ist hier quasi ein großes, großer Ausdruckstapel schon. Das sind die ganzen Namens-Badges. Und da sind sozusagen immer sechs Grafiken mit einer Nummer. Los Con Circle 001 fängt es an. Und die Leute kriegen quasi zufällig, die werden alle durchgemischt in ihr Goodie Bag quasi dann diese Nummer schon dazu. Das heißt, ab dann, wenn ich das Goodie Bag in Händen halte, weiß ich, in welchem Circle bin ich drin. Vor Ort machen wir es uns noch einfacher. Da wird es einfach eine Kiste geben mit den Badges drin. Und mit dem Einlassband kriegt man quasi auch das Namensschild mit dazu. Das kann man sich selber gestalten. Also wie ihr das kennt, da schreibt man dann seinen Namen und wenn man will, seine Firma und die drei Hashtags drauf. Und ist sozusagen über das Los, was man sich zieht, einem Circle zugeordnet. Und diese Circle bekommen zwei Orte, wo sie sich treffen können. Das eine ist auf dem Whiteboard. Das zeige ich auch gleich noch. Können wir dann nachher in der Fragerunde gerne auch noch im Detail reingehen. Also wir haben auf dem Whiteboard dieses Jahr verzichtet auf die Visitenkarten, die man da so oft hat, wo jeder sein Bild und seine Hashtags reinschreibt, sondern wir haben so Tische gemacht, an die man sich dann virtuell setzt. Und haben auch den Ansatz dieses Jahr, dass man die dann mit seinem LinkedIn-Profil oder mit seinem Mastodon-Profil verlinken kann und dann eher dort sein Profil pflegt, als alles nochmal aufs Whiteboard zu schreiben. Weil ein Feedback auch war, dass man diese Whiteboards mit diesen ganzen Visitenkarten hinterher dann auch selten nur noch nutzt. Das heißt, da tun wir das so ein bisschen ändern. Und es gibt quasi in Discord, falls es da Fragen gibt, kann ich da auch noch drauf eingehen. Wir nutzen dies ja nicht mehr Slack, sondern Discord. Ist aber im Wesentlichen das Gleiche, quasi Text und Audio-Chat. Jeder Lost-Con-Circle bekommt einen eigenen Ort in Discord. Das zeige ich euch mal hier. Da unten sieht man jetzt so ein Screenshot. Natürlich noch nicht ganz fertig, aber vom Schema her passt es schon. Hier dieser obere Bereich, dieser Kreis. Das ist der Bereich für die Lost-Con-Circles. Da gibt es dann, wenn ich jetzt hier mal rein zoome. Wer will da nicht zoomen? Warum? Eigentlich müsste ich da noch weiter rein zoomen können. Lade mal das Concept-Board neu. Vielleicht ist es dann... Ach so, Quatsch. Sorry. Medienkompetenz. Ich habe ja hier nur einen Screenshot, deswegen kann ich nicht weiter rein zoomen. Ihr könnt nachher, wenn ihr wollt, dann schauen wir noch mal live auf das Concept-Board. Also ich erkläre es, dann wisst ihr, was es ist. Warte mal, ich mache die Moderation ein, dann folgt er mir. Hier sind quasi überall Tische, die sind durchnummeriert mit den ganzen Circles. Hier oben ist so eine Anleitung. Das funktioniert dann so, dass man... Ich mache es jetzt mal mit LinkedIn als Beispiel. Ich gehe quasi nach LinkedIn, mache mein Profil auf, gehe auf mein Profilbild, rechte Maustaste, Copy Image. Das packe ich dann hier aufs Concept-Board drauf. Das ist jetzt natürlich in der Zoom-Größe ein bisschen groß. Ich mache das irgendwie kleiner, setze mich an den Tisch, gehe nochmal nach LinkedIn, nehme die URL, kopiere die URL, suche mein Bild wieder aus, gehe auf die drei Punkte, Link einfügen, packe die URL da rein und damit sitze ich am Tisch und habe den Link auch gleich zum LinkedIn-Profil oder zum Mastodon-Profil oder zu meinem eigenen Blog. Und so werden sich dann die Leute quasi im Lauf der Veranstaltung dort was sammeln an den Tischen. Und zusätzlich, das kann man hier sehen, für die, die vielleicht Teams kennen oder Slack vom letzten Jahr, Discord funktioniert so ähnlich. Wir haben hier das Lostcon23-Netzwerk, da werden alle Teilnehmenden am 26. Juni eingeladen, also ab dann kann man rein. Gibt es auch wieder so ein Suche-Biete-Kanal, wenn man Mitfahrgelegenheiten organisieren will oder sowas. Und da gibt es eben auch, das ist ein bisschen anders wie bei Teams, man kann diese Kanäle in Kategorien ordnen. Und hier gibt es jetzt diese Kategorie Lostcon-Circles und dort bekommt jeder Circle seinen eigenen Sprachkanal. Das heißt, da kann ich mich virtuell mit den anderen an den Tisch setzen und quatschen und habe da quasi einen Audio-Chat zusammen. Falls man natürlich Leute in einem Circle hat, die einem nicht passen, oder man will wechseln oder der Circle hat ein bisschen ein anderes Thema und ich sehe am Nachbar-Circle geht es eher um mein Thema. Dann ist es wie im echten Leben, wir sind alles Erwachsene, dann tauscht man halt seinen Circle und streicht die Nummer auf dem Namensbatch durch und schreibt sich eine andere drauf. Also das werden wir jetzt nicht so stringent kontrollieren wie in der Grundschule, wer ist 4a und wer ist 4b. Das soll nur so ein erstes Matching quasi mal sein, dass man überhaupt Gruppen zusammenfängt. Na dann, das wäre jetzt hier für die nächste Säule. Das ist jetzt für die, die es heute früh gehört haben, die können sich da vielleicht ein bisschen mehr schon darunter vorstellen. Für die anderen vielleicht noch mal kurz ein, zwei Sätze. Lego Series Play ist eine Methode, wo man mit einem stringenten Prozess sozusagen so Metaphern, abstrakte Konstrukte greifbar macht, indem man sie mit Lego baut. Und das macht man in der Regel darüber, dass man eine Challenge definiert, also eine Frage und Leute dann quasi das, was sie zu der Challenge denken, in ein Modell bauen und damit sichtbar machen und dieses Modell dann den anderen erklären. Also das kann man verwenden für Strategie-Workshops oder Projekt-Kick-Offs oder Verbesserung von Kommunikation. Und funktioniert halt so, dass man, dass jeder Einzelne zu Wort kommt oder eben nicht zu Wort, sondern zu Modell. Also man muss es bauen und dann erklärt man das Modell den anderen und in der nächsten Stufe wird dann aus den individuellen Modellen ein Gruppenmodell. Also dann bringt man die zusammen und sagt, wo gibt es denn da Verbindungen, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Und die Challenge, die wir uns da überlegt haben, heißt passend zu dem Titel eben Crafting Learning Environments. Was sind so die Bestandteile meiner persönlichen Lernumgebung der Zukunft, die mir oder uns wirklich, wirklich wichtig sind? Also so ein bisschen aus dem Friedhof Bergmann, dieses wirklich, wirklich. Uns ist ja immer alles wichtig und alles ist Prio 1. Und die Frage ist, was ist die Prio 1a? Sich das zu überlegen. Und das werden wir auch im Intro drüber sprechen. Lernumgebung, denkt vielleicht jeder schon an Apps oder Tools oder generative KI oder was auch immer. Lernumgebung kann auch einfach sein, wie sehen die Räumlichkeiten um mich aus? Oder wie ist meine Lernumgebung zu Hause? Oder gibt mir mein Chef Zeit zum Lernen? Solche Geschichten. Also da verstehen wir den Begriff Lernumgebung weiter, als man den jetzt vielleicht auf so einer Lern-IT-Konferenz wie der LearnTech versteht, wo es halt sofort um LMS oder so geht. Wie kann man das bauen? Wie kann man sich das bauen vorstellen? Wir werden auch das, ich bin schlecht vorbereitet, muss hier wieder in den Nachbarraum gehen. Wir werden allen Teilnehmenden vor Ort, aber auch denen, die das Remote wegbekommen, die kriegen das sogenannte Lego Series Play Window Kit. Das heißt, damit fängt man im Lego Series Play Prozess in der Regel an. Das ist ein Satz mit 47 Bauteilen, sodass jeder gleiche Chancen hat, Dinge zu bauen. Und das kriegt jeder zugeschickt. Und man kann im Prinzip, wenn man will, einfach mit diesem Window Kit bauen und hat dann, weiß nicht, ob man das hier im Screenshot gesehen hat, ja doch, sieht man hier, der Bereich hier drüben, das ist quasi der Bereich, wo dann die Dokumentationen landen. Also wo über die LostCon hinweg, das, was wir als Erkenntnis gesammelt haben, dann gebaut wird, zusammengeführt wird, fotografiert wird und auf das Whiteboard drauf kopiert wird. Und wir haben noch so, weil wir gesagt haben, vielleicht will nicht jeder Lego bauen, sondern was anderes machen. Also wir bieten an, dass man Lego in physisch baut. Das ist das, was ihr hier links seht. Das ist so ein Modell, das habe ich 29 Mal auf dem Enterprise 2.0 sammelt, beim Björn Nägelmann gebaut. Da gab es nur noch das Foto davon, das Modell habe ich nicht mehr. Ich habe es in so einem digitalen Lego Kit nachgebaut. Das ist, was man rechts sieht. Also wir haben quasi einen Link, da könnt ihr euch dann eine Software, eine kostenlose Software runterladen. Da kann man das quasi auch digital bauen und dann rendern. Wir verschicken so Bastelkits, da kann man, so wie in Minecraft, sich Blöcke ausschneiden und die in Papier bauen. Und wir haben wieder unser Mindtest-Spiel am Start, also quasi so ein Open-Source-Klon von Minecraft, wo man sein Modell auch in Minecraft bauen kann. Wichtig ist halt, das Ergebnis ist das Modell. Das heißt, ich muss ein Foto davon machen und das auf das Whiteboard draufbringen. Nur die Vermutung ist schon, dass viele mit Lego einfach bauen werden. Genau, und dann brauchen wir ja so diese Übergänge, das Modell, erst mal individuell für mich, dann schere ich das mit meinem Circle in der Gruppe und gucke, gibt es da Verbindungen, verstärkt sich was und das Gruppenmodell kommt dann auf das Whiteboard und dann wollen wir im Nachgang, das läuft dann bis September, sozusagen auch so ein gemeinsames Modell bauen. Also schauen, dass wir mit den Leuten schauen, was sind da Themen, wie kann man die bearbeiten und lassen das dann bis zu dem Knowledge Jam im September laufen, um zu sagen, was können wir denn da für Rezepte, Tutorials, Work Hacks irgendwie zusammen sammeln, die uns dann auch helfen, nicht nur dieses Modell gebaut zu haben und die Idee aufgeschrieben zu haben, sondern wirklich die eigene Lern- und Arbeitsinfrastruktur zu verbessern, also dass man wirklich als Community, die an der Veranstaltung teilnimmt, auch ins Handeln kommt. Das hatte ich schon gesagt, womit man bauen kann, genau, da stehen die Post-its, die die Tonspur für gerade waren. Genau, und dann ist die Idee, Moment, das muss hier rüber, das muss hier hin, dass wir relativ kurz danach, also vielleicht ist das Modell noch nicht ganz fertig in der Gruppe, die Circle können das Discord auch nach der Veranstaltung noch verwenden, das lassen wir wieder offen wie beim letzten Mal bis zum September jetzt diesmal. Wir haben in der Woche danach das DATEV DigiCamp, die DATEV hat ja so ein Barcamp, wo man auch als Externer teilnehmen kann, kann man sich einfach anmelden und da werden wir jetzt heute noch eine Session einreichen, um quasi den Learning Circles, die das wollen, zu ermöglichen, ihr Ergebnis auf dem DATEV DigiCamp vorzustellen. Dann haben wir da sozusagen eine Sicht, was ist in den einzelnen Gruppen rausgekommen und dann werden wir so eine Art Hackathon-Phase, also gestreckten Hackathon machen, wo wir daran arbeiten, die Leute, die Lust haben, aus der LostCon heraus das zu verdichten und zu sagen, wie ist denn da ein Gesamtbild, was sind da so die Hot Topics, die wir bearbeiten wollen, wo gibt es Lücken, wo man noch Neues erarbeiten muss vielleicht, also wer in der Corporate Learning Community bei dem MOOC-Athon dabei war, wo auch erst der MOOC war und dann so ein Hackathon, wo wir gemeinsam Ergebnisse erarbeitet haben, das ist eigentlich der Blueprint hierfür. Genau, so dass dann beim 15.09. beim Knowledge Jam wir hoffentlich so eine Art gemeinsame Dokumentation der Erkenntnis aus der LernOS Convention haben und eben nicht jeder so einzeln an der Veranstaltung teilnimmt und mit seiner einzelnen Einsicht rausgeht, sondern eben auch das über die Gruppe nochmal reflektiert und das in größer werdenden Kreisen, also erst mal die kleine Gruppe und dann die große Gruppe. Genau, soviel vielleicht mal als Intro und kleinen Überblick und dann würde ich die Aufzeichnung mal anhalten, wie angekündigt. Recording to Skype.